Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Bei uns hier steht heute alles im Zeichen des Deutschen Zukunftspreises. Offiziell heißt Ihr Projekt ja Ultra-Kurzpulslaser in der Massenproduktion. Gedankenstrich, produzieren mit Lichtblitzen. Sogenannte Ultra-Kurzpulslaser, die arbeiten mit sehr, sehr kurzen Pulsen. Also um ein Gefühl zu geben, wie kurz sie sind. Versuche ich es mal mit einem Beispiel. Wenn Sie eine Taschenlampe anmachen und diese Taschenlampe eine Sekunde lang anschalten, dann läuft aus dieser Taschenlampe ein Lichtstrahl von der Erde bis zum Mond. Relativ genau in dieser einen Sekunde. Und die Energie verteilt sich natürlich, die in dem Licht steckt, auch zwischen Erde und Mond. Und wir schieben jetzt diese ganze Energie zusammen auf ein Stückchen von 1-2 mm Länge. So kurz sind unsere Ultra-Kurzen-Pulse. Und sie haben natürlich dann sehr, sehr konzentrierte Energie in diesen Pulsen drin. Diese speziellen, ganz kurzen, aber sehr, sehr leistungsstarken Pulse, also die Energie ist sehr konzentriert, wirken auch ganz speziell mit jedem Werkstoff, von Stahl, Diamant, Kunststoff, sodass das Material instantan verdampft. Es wird weggesprengt, explodiert förmlich weg. Und sie haben einen ganz sauberen Abtrag, einen sogenannten kalten Abtrag. Und das ist was Neues, das gab es bisher nicht. Und wir können damit präziser und genauer arbeiten als je zuvor. Und genauso bei uns, bei der Firma Bosch jetzt, in der Benzindirekteinspritzung. Dort kann ich jetzt diese Löcher, die das Benzin in den Brennraum einspritzen, viel genauer, viel präziser und auch ganz speziell einbringen in dieses Bauteil, reinbohren, sodass ich jetzt den Kraftstoff viel effizienter verbrennen kann und 15 bis 20 Prozent Kraftstoff einspare in solchen neuen Motoren. 15 bis 20 Prozent ist ein Liter, wenn man sich das mal so vorstellt, bei einem kleinen Wagen, der halt vorher 5, 6 Liter gebraucht hat. Also ein Liter auf 100 Kilometer. Liebe Hangout-Freunde, das war die Kurzfassung meines Gesprächs mit Jens König. Wir haben auch eine Langfassung für euch vorbereitet. Und einfach auf den Link klicken.